Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 4. Ich hoffe, ihr seid gut im neuen Jahr angekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für 2020. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Party und hattet Spaß und ja, habt vielleicht ja auch zwischendurch ein bisschen Minecraft gespielt, keine Ahnung. Bei mir ist es eine Weile her, wie ihr wisst und ja, das hatte mehrere Gründe. Der Hauptgrund eigentlich lag daran, dass es ein Update gab von Sky Factory 4 und das war irgendwie nicht so ganz kompatibel. Entweder mit dem Server oder mit der Map, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es die Map ganz schön zerrissen. Da kam immer irgendwie eine Meldung mit irgendwelche Türen, das funktionieren nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Spiel ist dann auch entweder abgestürzt oder die Welt war einfach komplett kaputt. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, in einer Welt, wo man wirklich nur eine Glasscheibe von Lava entfernt ist, ist es blöd, wenn diese Scheibe dann auf einmal weg ist. Also könnt ihr euch vorstellen, wie es hier aussah und ich hatte tatsächlich auch keine Lust, das Ganze zu reparieren. Ja, da hätte ich wirklich Stunden gebraucht. Deswegen habe ich ein bisschen einen älteren Spielstand genommen, habe das Ganze hier nochmal lokal installiert, hat dann funktioniert. Okay, dann habe ich das Update gemacht, hat immer noch funktioniert und was jetzt auch übrigens sogar noch besser funktioniert, ist die Milch. Wenn ihr euch erinnert, da war ja immer irgendwie die Grafik kaputt. Das funktioniert jetzt auch wunderbar. Und ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt und habe uns hier eine weitere Etage eingebaut. Denn wir werden ja noch ein bisschen Platz brauchen für die ganzen Dinge, die wir hier im Let's Play noch so machen wollen. Ja, haben wir jetzt in alle Richtungen Platz. Und in der heutigen Folge werden wir uns hier um die Ecke kümmern. Könnt ihr euch ja vielleicht schon so ein bisschen vorstellen, was hier reinkommt. Denn, ja, ich hatte euch ja versprochen, dass wir mit dem Blumenmalch starten oder generell mit dem Malch, dass wir hier diese Dinger hier austauschen können, kein Gras mehr drinnen haben und dadurch dann die Bäumchen wesentlich schneller wachsen. Und ich dachte eigentlich, ja, wunderbar, ich bereite das soweit vor. Ja, also habe ich hier schön unsere Parabox angeworfen. Ihr seht, ich habe mittlerweile 41 Pünktchen zusammengesammelt und dachte mir, wunderbar, kann ich ja hier einfach mal so ein bisschen durchklicken und dann einfach Blumenmalch machen. Machen wir eine kurze Folge, dann kann das einfach so vor sich hin rennen. Ja, soweit, so gut. Ich habe mir das dann angeschaut und es gab sogar eine Folge, die allerdings dann nie live gegangen ist. Denn ich habe eigentlich mehr geflucht als sonst irgendwas. Das liegt einfach daran, wenn man die Folge nicht, ja, ordentlich vorbereitet, dann passiert sowas. Und wie es natürlich so ist, ich schalte das jetzt gerade mal frei, gehen wir hier einfach mal durch, verschwinden unsere ganzen Pünktchen, wir haben noch sechs Stück, gebe ich mir mal auf. Denn mit dem Update gab es ja auch hier drüben was Neues, habe ich gesehen. Da gibt es hier Gatorade, ja, das kostet erstmal nichts. Und dann können wir uns aber so, ja, permanent Night Vision und Fire Resistance und so weiter noch dazu klicken. Ist ganz cool. Werden wir auf jeden Fall, denke ich, machen. Deswegen hebe ich jetzt auch die Pünktchen erstmal auf, weil heute soll es im Endeffekt hier darum gehen. Und ja, die Idee war ja, damit ich das nicht jedes Mal austauschen muss, dass wir einfach direkt den Blumenmalch machen. Und habe natürlich überhaupt nicht daran gedacht, dass es, wie vielleicht bei so vielen anderen Dingen ja auch, einfach aufeinander aufbaut. Das heißt, wir können natürlich nicht ihn hier gleich machen, sondern wir beginnen hier, hangeln uns hier durch. Und ja, auf dem Weg dorthin brauchen wir leider ein paar sehr spezielle Items, die wir uns tatsächlich erstmal herstellen müssen, wo wir Maschinen brauchen und, und, und. Und deswegen teile ich das Ganze auch auf zwei Folgen auf. Bei der ersten Folge werden wir hier drüben die meiste Zeit verbringen, denn ich werde uns hier eine kleine Plastikproduktion bauen. Und hier, hier auf der Seite, ja, habt ihr ja oben gesehen, da ist ja so ein Pferch, da kommen Kühe rein. Und die Kühe, die brauchen wir für den Fertilizer. Ich glaube, es war Fertilizer, müssen wir mal ganz kurz schauen. Fertilizer, genau. Diese formschönen Haufen, die bekommen wir von den Kühen. Und allerdings für die Maschine, die wir dafür herstellen müssen, brauchen wir Plastik. Das heißt, es geht heute erstmal mit Plastik los und Plastik bekommen wir letzten Endes aus Bäumen. Da müssen wir uns einen Tree Fluid Extractor bauen, beziehungsweise wir bauen gleich vier Stück. Eins, zwei, drei, oh, okay, fehlt noch was in der Mitte. Ach, Furnace brauchen wir noch ein paar. Machen wir die einfach mal direkt. So, vier Stück. Dann würde ich gerne einen, ähm, irgendwie Placer, da gab es von Cyclic was Cooles. Welcher war denn das? Block Placer. Hm, wie hieß denn das Ding? Oder war das der hier? Block Placer, genau. Wunderbar, den nehmen wir. Ich glaube, da haben wir auch soweit alles. Und ich habe auch gesehen, hier bei diesem Tree Fluid Extractor, wenn wir da mal reinschauen, das heißt, der holt aus den Holzstämmen, holt er uns hier Latex raus. Und das können wir dann weiterverarbeiten zu Plastik letzten Endes. Aber je nachdem, welches Holz wir nehmen, kommt da mehr oder weniger dabei raus. Das hier machen wir nicht. Das Enriched Manorail habe ich mir auch angeschaut. Dann müssten wir das Manorail erst, ja, ich sag mal, aufwendig weiterverarbeiten. Das macht keinen Sinn, weil so viel Plastik brauchen wir auch nicht. Aber, das hier haben wir, ja, den normalen Manorail Wood. Und der bringt, ja, im Endeffekt ja schon auf jeden Fall fast das Doppelte, je nachdem, zu den anderen Bäumen. Deswegen nehmen wir hier Manorail Wood. Nehmen wir uns hier gleich mal, ja, nehmen wir ruhig mal ein Stack. Und jetzt würde ich hier beginnen und uns hier in dem Boden, ich habe ein bisschen auch vorbereitet. Wir haben hier Storage Cable. Ja, die gehen praktisch, äh... Ah, ja, okay, wir sollten den Helm aufsetzen. Die gehen hier natürlich rüber zu unserer Station hier, zu unserem Request Table und zu unseren ganzen Ressourcen. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich denn einen Exporter, habe ich nicht. Nehmen wir uns mal noch einen mit. Den können wir nämlich dann wunderbar hier unten einbauen. Und der soll uns bitteschön Manorail Wood rauswerfen. Brauchen wir auch keine Upgrades, weil das dauert schon eine Weile, bis das Holz hier aufgebraucht ist. Und jetzt packen wir einfach den Blockplacer hier unten rein. Und der tut uns jetzt jedes Mal, wenn der hier weg ist, einen neuen Manorail Wood hier schön hin platzieren. So, müssen wir nur mal schauen. Ich glaube, man muss das in die Richtung machen, genau. Oh, jetzt ist hier ein bisschen eng. Hau das hin. Ja, haut natürlich nicht hin. Ja, ich hatte das, als ich es mal ausprobiert habe, hatte ich hier noch nicht alles hier so verbaut. Aber kein Problem, kriegen wir alles gebacken. So, und das Coole ist, die Dinger legen jetzt hier auch schon los. Die brauchen keinen Strom, warum auch immer. Und holen jetzt im Endeffekt hier aus dem Baum das Latex raus. Die füllen sich jetzt so langsam munter. Und ja, damit wir aus dem Latex letzten Endes dann Plastik bekommen, brauchen wir noch eine Latex Processing Unit. Die ist auch ganz easy. Maschinen Case haben wir, glaube ich, gerade keins. So, und was wir auch noch brauchen, die habe ich aber, glaube ich, dabei. Fluid Extraction Cable. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am schlauesten machen. Weil ich hatte zuerst das Ganze hier oben. Das sah das hier noch ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, wenn das Ding jetzt hier steht, mitten im Weg, ist auch nicht so cool. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal, ob wir das nicht einfach hier direkt reinsetzen können. Was natürlich erst mal geht. Das heißt, hier kommt Latex an. Die Maschine braucht allerdings auch Strom, kriegen wir hin. Und sie braucht Wasser. Bekommen wir auch hin. Und zwar tun wir jetzt einfach mal unsere GPS. Nehmen wir mal zwei Stück. Klicken die da drauf. Und ich habe auch hier noch ein bisschen erweitert. Und noch Transfer Nodes für Energie hier drüben und für Wasser. Können wir auch gleich mal nutzen. So, Wasser hat er schon mal. Und Energie bekommt es jetzt auch. Ja, und das Ding rennt so vor sich hin und macht uns Tiny Dry Rubber daraus. Mit dem können wir erst mal auch noch nichts anfangen. Außer, wir warten mal ganz kurz, bis wir neun Stück haben. Wir basteln das zusammen. Und dann bekommen wir Dry Rubber. Und den können wir einfach hinten hier in unsere Smelting Factory reinwerfen und bekommen Plastik raus. So, von dem Plastik brauchen wir auch eine ganze Menge. Also, jetzt nicht übermäßig viel, aber so ein bisschen was auf jeden Fall. Denn wir wollen uns hier diese beiden Kameraden heute bauen. Und zwar den Animal Sewer. Da können wir ja mal kurz gucken. Da können wir auch Range Add-ons reinpacken. Ich würde sagen, den brauchen wir als erstes. Allerdings brauchen wir da tatsächlich noch ein Plastik. Schauen wir mal. Ob wir schon... Ja, 20 Stück. Wunderbar. Da brauchen wir das. Das kann man natürlich auch noch automatisieren. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja hier unten auch immer unsere Autocrafter. Kann man natürlich noch hier mit hinpacken und das automatisch verarbeiten lassen. Aber wie gesagt, so viel brauchen wir aktuell nicht. Deswegen ist das nicht so wild. Ich mache das jetzt mal hier einfach manuell. Für das, was wir brauchen, reicht es. So, Plastik haben wir jetzt genug. Und jetzt können wir uns den Kamerad hier bauen. Denke ich. Was fehlt noch in der Mitte? Noch ein Machine Case. Wunderbar. Zack. Also, und dann können wir auch gleich ein Range Add-on bauen. Da brauchen wir eigentlich nicht so viel. Aber es macht jetzt auch natürlich keinen Sinn. so ein kleines zu bauen. Ich glaube, 11 würde uns theoretisch reichen. Das ist aber ein bisschen fies hier mit dem Platinum. Deswegen nehmen wir das hier. Weil... Oh, da brauchen wir nochmal Plastik. Sehe ich gerade. Weil Emeralds haben wir ja auf jeden Fall jede Menge. Da müssen wir doch noch ein Plastik basteln. 31. Wie gesagt, das geht ja schnell. So. Drei Stück. Und rein damit. So, dann machen wir gleich das Range Add-on. Und zwar machen wir das. Und das Ding, das bauen wir jetzt hier unten in die Mitte rein. Zack. Packen auch gleich das Range Add-on dazu. Das Ding braucht natürlich auch Strom. Und dann bekommen wir im Endeffekt das, was von den Kühen, die wir jetzt hier noch gleich oben hinsetzen, ja, so übrig bleibt, so am Ende des Tages, wenn die da auf ihrer Weite stehen, wird hier aufgesammelt und wir können es weiterverarbeiten zum Fertilizer. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wir brauchen, wie gesagt, noch Kühe. Und da können wir uns natürlich einfach ein paar Cowseeds wiederherstellen. Mache ich jetzt einfach mal sechs Stück. Und wir nehmen noch ein bisschen Bohnenmehl mit. Na komm, nehmen wir mal zwei. So. Und dann packen wir das mal hier auch außen rum. Und tun unsere Kühe ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Und ihr seht hier in der Mitte, da fühlt sich schon was. Und dann haben wir noch was. Ich glaube, wenn die Kühe dann erwachsen sind, dann geht es auch nochmal schneller. Aber, ja. Sollte auf jeden Fall erstmal reichen, damit wir hier so ein bisschen was produzieren. Hier kommt natürlich noch nichts an, weil wir natürlich auch wieder Strom brauchen. Klicken wir jetzt drauf. Und, ja, nehmen wir mal das hier. Das ist noch nicht ausgelastet. Und jetzt sollte, wenn alles klappt, hier Switch rauskommen. Ist nicht ganz so lecker das Zeug, aber auf jeden Fall sehr gut für Pflanzen. Das heißt, das füllt sich jetzt. Allerdings können wir damit auch noch nichts anfangen, denn wir brauchen ja den Fertilizer. Und das müssen wir mal ganz kurz schauen. Wie hieß denn der Plan-Fertilizer? Was nicht? Dann schauen wir einfach mal so. Genau. Switch Composter. Genau. Den brauchen wir. Da brauchen wir nochmal Plastik. Ja, mein Gott. Hätten wir es vielleicht doch besser automatisiert. Aber ihr seht, damit schon so viel. Das letzte Mal für heute, dass wir hier Plastik bauen. Machen wir das auch noch mit. Dann haben wir ein bisschen auf Tasche. Neun Stück. Das reicht auf jeden Fall. Zack. Da rein. Und dann bauen wir uns den Kamerad. Ich denke, das hier haben wir sicherlich nicht. Aber den Rest haben wir. Und wir brauchen wieder Extraction Cable. Das Ding braucht natürlich auch Strom. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir uns... So. Man könnte jetzt natürlich in die Luft hängen, aber ist ja nicht so cool. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach noch Max-2-1. Zack. Ja, ganz toll. Wir packen den hier unten hin. Planverte... Ah, jetzt haben wir den falschen gebaut. Das hier, Switch. Das wollten wir eigentlich. So, ja. Falsch geklickt. Mist. Wir brauchen noch ein Furnace. Und... Aber jetzt sollte es dann klappen. Und natürlich noch so ein Ding. So, Switch. Das Ding kommt gleich mal weg. Denken wir gerade. Das sah ein bisschen komisch aus mit dieser Seite. Das ist halt auch so Zähne vorne dran. Die Maschine. Hier kommt das Zeug auf jeden Fall schon mal an. Wir packen hier unser GPS wieder. Können wir einfach mal... Nehmen wir mal das hier. Zack. Und er produziert uns den Fertilizer. Und den werden wir brauchen. Also das Plastik war jetzt eigentlich mehr oder weniger dafür, dass wir hier die Maschine uns bauen können. Und die hier oben. Allerdings Plastik brauchen wir natürlich für ein paar andere Maschinen im Laufe des Plets Plays auch noch. Dementsprechend, ja. Kann das ruhig so ein bisschen so vor sich hin laufen. Ich hole immer mal wieder Tiny Dry Rubber und bastel mir daraus Plastik. Und dann sollte... Braucht man ja auch jetzt nicht in rauen Mengen. Sollte es so reichen. Das Ding braucht tatsächlich relativ lange und nachdem wir ja für die Malchproduktion da auch das eine oder andere brauchen, lasse ich das jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Bis zur nächsten Folge. Denk ich, ist das dann voll und dann reicht es auch locker. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier auf der Seite... Ich habe übrigens auch ein paar Bilder aufgehängt, habt ihr vielleicht gesehen. Hier drüben auch unser guter Nachbar und hier alles Let's Plays, die wir uns schon mal angeschaut hatten. Ja genau, also wir sind auf jeden Fall auf der Seite dann unterwegs und bauen so eine kleine Verarbeitungsstraße. Denn, wenn wir hier mal reinschauen. Malch. Da geht es los mit dem braunen. Der ist noch relativ easy. Hier, Fertilizer könnte man nehmen. Man kann aber auch da Coco Beans nehmen. Die hätten wir sogar. Können wir herstellen. Überhaupt kein Problem. Bei dem Yellow, da kommt der Brown natürlich in die Mitte. Da brauchen wir Biofuel. Das ist der erste Rohstoff, den wir uns dann herstellen werden auf der Seite hier drüben. Dann geht es weiter mit dem Ember. Da kommen wir dann noch zu Substrat. Das heißt, da werden wir ein paar Mechanism-Maschinen noch brauchen. Auch ein paar neue, die wir noch gar nicht bisher angeschaut hatten. Und ja, dann kommen wir zum Fertilizer. Den haben wir ja schon. Das ist ganz gut. Dann kommen wir noch zu Pellets. Und die werden im Laufe dieser Verarbeitungsstraße dann auch aus den verschiedenen Vorprodukten praktisch hergestellt. Und ja, aus denen kann man dann die Dinger und das hier herstellen. Bis wir dann zum Schluss zum Blumenmalch kommen. Und schaut mal, Grow Rate, Growth Rate von 1000 und eine Drop Chance von 350. Also da geht es dann richtig ab. Wither Dust, dachte ich zuerst, könnte noch ein Problem werden. Ist es aber gar nicht. Denn den können wir uns auch mit unserem Loot Fabricator herstellen. Habe ich glaube ich sogar schon vorbereitet. Also alles cool. Das kriegen wir in der nächsten Folge hin. Hier auf der Seite. Und dann tauschen wir hier schön das Gras aus. Und dann rennen unsere Bäumchen und bringen uns ganz, ganz viel Ressourcen. Ja, ist heute eine, ich sage mal, relativ kurze Folge. Ich habe gerade keine Uhr vor Augen. Aber ich glaube, so lange hat es heute nicht gedauert. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine schöne Vorbereitung auf die nächste Folge. Freut euch da, wenn wir uns hier unsere Bäumchen entsprechend schneller machen. massiv schneller machen. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Und Servus. Bis dann.